Guten Morgen zusammen, wir haben gerade 7.30 Uhr und die Sonne geht hinter mir auf und ich bin jetzt auf der Nordinsel, das heißt ein neues Abenteuer in Neuseeland auf der Nordinsel und damit wünsche ich euch viel Spaß, also bis dann, tschau! Bis zum nächsten Mal! 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 Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!